Ein Jahr in meiner ersten eigenen Wohnung und ich finde, das verdient eine Roomtour mit einem kleinen Update, wo ihr direkt im Vergleich seht, wie die Räume beim Einzug, also komplett leer aussahen und wie sie jetzt geworden sind. Mein Flur hat schon ein richtig großes Make-Over bekommen, vor allem der Eingangsbereich gefällt mir richtig gut, mit diesem Farbbogen und dem Spiegel dazu, aber auch mit meiner kleinen Sitzecke, die super gemütlich ist. Im hinteren Teil kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was machen, der sieht noch ein bisschen kahl aus. Dann kommt man vom Flur direkt in die Küche und hier hat sich natürlich auch einiges getan. Ich muss sagen, ich liebe meine Küche. Mir gefällt diese Kombi aus, diesen beigen Fronten mit goldenen Griffen und der Marmorplatte einfach richtig gut. Aber auch hier möchte ich nochmal ein bisschen was anpassen. Viele Schränke sind noch chaotisch und auch die Arbeitsplatte ist mir fast ein bisschen zu voll. Insgesamt gefällt mir meine Küche aber richtig gut. Von der Küche geht es wieder zurück in den Flur und weiter ins Wohnzimmer. Auch hier hat sich natürlich einiges getan. Das ist aber ein Zimmer, wo es noch größere Projekte gibt. Vor allem die Wand hinter dem Sofa ist noch kahl, aber noch viel kahler ist die TV-Wand. Hier habe ich schon ein richtig cooles Projekt geplant. Ich bin gespannt, wann ich dazu komme, auch das mal umzusetzen und die Wand noch ein bisschen schöner zu gestalten. Vom Wohnzimmer kommt man dann auf meinen Balkon. Das wohl krasseste Make-Over von allen. Ehrlich, der war vorher auch richtig hässlich. Und ich bin froh, dass sich all die Zeit und Liebe gelohnt hat und es jetzt so, so schön geworden ist. Ich verbringe hier wirklich wahnsinnig gerne Zeit und genieße jede Sonnenstunde. Vom Balkon geht es wieder zurück ins Wohnzimmer und weiter in den Flur, um gegenüber ins kleine Bad zu gehen. Und auch hier hat sich einiges getan mit dem ein oder anderen DIY-Projekt. Zum Beispiel meinem großen Waschmaschinen-Überschrank, den ich selbst gebaut habe. Der bietet einfach so viel Stauraum und es sieht richtig, richtig schön aus. Genauso wie der Bereich in meiner Dusche. Ich fühle mich in meinem Bad einfach wie in meinem eigenen kleinen Homespa. Und ich finde, aus diesem kleinen Raum habe ich wirklich das Beste rausgeholt. Vom Bad geht es wieder zurück in den Flur und weiter in mein Schlafzimmer. Das ist der Raum, der bisher am allerweitesten ist, wo ich aktuell nicht mal mehr ein weiteres Projekt geplant habe. Und auch das gefällt mir super gut. Ich finde es richtig gemütlich mit all meinen DIY-Projekten. Von den Nachtschränken zum Kopfteil, den Lampen und natürlich auch dem beklebten Kleiderschrank. Und zu guter Letzt geht es in mein Arbeitszimmer. Und dort habe ich eigentlich die perfekte Basis für mein Traum-Arbeitszimmer geschaffen. Bis es dann zum Albtraum, sprich nach richtig schlimmen Abstellkammern wurde. Und mir ist es super unangenehm, das zu zeigen. Aber so sieht die Realität aus. Es ist einfach irgendwann so viel geworden, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich anfangen soll. Und es einfach nur noch von mir her geschoben habe. Aber es wird Zeit, dieses Projekt in Angriff zu nehmen und aus dem Albtraum endlich mein Traum-Arbeitszimmer zu machen.